Gut finde ich, hopp! Bin ich auch hier. Na dann überhol, komm! So, jetzt geht es ein Stück flach dahin und dann wird es wieder sehr steil. Die Kassette ist schon wieder verbraucht, für mich hält die leider nie länger als... fünf, sechs Monate. Weil nämlich immer das größte Aluritzel, dann verbraucht es. Hat 48 Zähne. Das Ritzel vorne hat nur 14 Zähne und das hält viermal länger als die SRAM EX1 Kassette. Also das Ritzel vorne von Miranda da ist der Stahl aus einer hervorragenden Qualität und die sauteure EX1 Kassette ist einfach nur Mist. Da beginnt er auch schon. Da beginnt er auch schon. Kine! Wo ist sie? Hopp! Ah, da kommt sie schon. Ah, da ist jetzt easy, aber da vorne wird es gleich echt schwierig. Da beginnt es schon wieder verblockter zu werden. So, sehr schwere Stelle. Ah! Ah! Aufmerksam! Zähne! 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 ja hier war das so verwachsen, da war gar kein durchkommen mehr da vorne war dann noch ein Baumstamm so hoch über dem Weg, dass ich da nicht drüber gefahren bin oh boy Das war's für heute. Vielen Dank.